Einen wunderschönen guten Morgen, 10. Dezember. Heute geht es um etwas, das ich mir schon vor Jahren hätte leisten sollen. Es geht um diesen Stand. Das ist der Kompass Pro und der lässt euch ein iPad, ein iPhone, andere Gerätschaften am Schreibtisch aufstellen. Der ist so toll. Der ist jetzt irgendwie, glaube ich, die dritte Ausführung mehrmals überarbeitet worden und der hat jetzt so eine Form angenommen, die einfach, also nichts im Leben ist ja perfekt, aber für das, was der ist, ist er sehr nah dran. Der ist so gummiert, also da rutscht auch nichts runter. Man stellt halt so ein iPad da drauf und der hat verschiedene Neigungswinkel, die er annehmen kann. Er hat das große Füßchen, er hat das kleine Füßchen und da kann man so eine Tippposition wählen oder eher so eine aufrechte Position und da diese beiden Füße hier so flexibel einzustellen sind, passt da prinzipiell, wenn man die Füße so von hinten durchdrückt und ausfährt, auch ein iPhone drauf. Also alles steht damit am Schreibtisch und wenn man diese aufgestellte Position möchte, um beispielsweise gleichzeitig ein Lightning Kabel einzustecken oder um irgendwas zu schauen oder irgendwie ein zweites Fenster zu haben, man muss ja immer irgendwas aufstellen und der Kompass Pro, der macht das. Das ist der eine Stand to rule them all. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns, glaube ich, am morgigen 11. Dezember wieder. Wie immer, wenn nichts dazwischen kommt.